Hey Leute, mein Name ist EpicStan und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Oh, und schau mal Katja, wir befinden uns hier vor einem wirklich richtig, richtig doll sicheren und richtig doll geheimen Bunker. Das ist wirklich so nice. Der Bunker befindet sich hier einfach auf einem kleinen Berg. Hier geht ein kleiner Weg nach oben. Schau mal, wo kommt es hier unten? Dann geht es hier nach oben insgesamt. Und der Bunker ist wirklich richtig, richtig doll nice. Und der Bunker ist vor allen Dingen auch wirklich richtig, richtig doll sicher. Tja, und schau mal Katja, willst du hier den Knopf drücken, um die Tür zu öffnen? Und pass mal auf, auf die Plätze, fertig und los. Und, Moment mal, jetzt geht es hier auf. Wie cool ist das denn? Die Tür ist einfach automatisch aufgegangen. Das stimmt. Und Moment mal, jetzt können wir hier richtig doll tief runterspringen. Tschüssi. Oh, und Moment mal, bitte, bitte, bitte. Und, Moment mal, ich will wieder hoch. Tschüss Katja. Wie cool ist das denn? Wir haben hier einfach beim Bunker einen automatischen Aufzug, mit dem wir wieder nach oben näher fliegen können. Und, plopp. Und jetzt wollen wir wieder nach unten. Das ist ja wirklich so nice. Und schau mal, Katja, der Bunker ist wirklich richtig, richtig doll tief näher unter der Erde. Okay, das ist jetzt auf jeden Fall der Eingangsbereich. Da kommt man durch die richtig doll sichere Tür hier nach unten rein. Dann geht es hier weiter und macht hier schon so ein kleines Kontrollfenster insgesamt. Das ist nice. Da kann man hier draufklicken. Oh, die Tür öffnet sich. Wow, was ist denn hier los? Schau dir das mal an, Katja. Und, oh, hier ist auf jeden Fall der Kontrollraum. Hier kannst du immer schauen, wer rein darf und wer nicht rein darf. Au, Moment mal, Epic. Ich lasse dich auf keinen Fall rein, wenn ich dich hier sehe. Hey, was soll das denn? Und schau mal, die Türen schließen sich automatisch. Das ist nice. Richtig doll. Oh, sehr nice. Okay, hier kann man auch über die Knöpfe immer einstellen. Naja, wer hier durch darf und wer nicht. Hallo, Katja. Bitte rauskommen. Und guck mal, die Tür wird jetzt gleich wieder zugefahren. Und zack, jetzt ist alles wieder wie neu. Tipp, top. Okay, hier ist auf jeden Fall der Eingang. Und schau mal, Katja. Hier sieht man wirklich ein richtig, richtig doll cooles, großes Aquarium mit richtig doll vielen Fischlis drin. Das sieht ja wirklich richtig doll süß aus. Okay, wir können als erstes, naja, hier erstmal entlang. Oh, und der Bunker ist wirklich so doll riesig. Schau mal, dann können wir hier die Tür öffnen. Die fährt sich wieder nach oben. Und Moment mal, wir haben hier ein kleines, süßes Wohnzimmer insgesamt. Und wir können hier sogar Fernsehen schauen. Ich würde gerne das Super in grün haben. Nein, in pink. In blau, bitte. Blau. Oh, hey. Pink, pink, pink. Nein, 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 nein. In blau. Wie cool ist das denn? Wir können einfach die Farbe vom Sofa ändern. Und wir können hier auch ein bisschen Fernsehen schauen. Und zack, guck mal, Katja. Wir können hier den Fernsehen ausschalten. Oder hier das Programm ändern. Sehr nice. Dann können wir hier auch, oh, den Boden noch ändern. Das ist ja so cool. Hier gibt es so doll viele Möglichkeiten. Oh, richtig doll nice. Das Wohnzimmer vom Bunker gefällt mir auf jeden Fall schon richtig doll gut. Und warte mal, Katja. Was ist das denn hier? Ich glaube, tipp, bye, bye. Das ist die Mine. Und da unten sind einfach Slimeys. Flop und Flop. Und bitte stehen bleiben. Wie cool ist das denn? Schau mal, Katja. Wir haben hier einfach unsere eigene Mine. Das sieht ja wirklich richtig doll cool aus. Und Moment mal, hier kann man sich überall einfach weiter buddeln. Das ist ja wirklich so nice. Hier ist auch eine kleine Tür. Dann geht es hier noch weiter insgesamt. Und was ist denn hier los? Oh, Epic, das sieht ja richtig doll nice aus. Moment mal. Schau mal. Oh, guck mal, das ist ein geheimer Raum für Kisten. Das stimmt. Wie cool ist das denn? Wir haben einfach richtig doll riesengroße Lagerräume. Und da können wir hier immer die Türen dazu machen und aufmachen. Oh, und hier vorne ja auch. Das ist ja wirklich richtig, richtig doll nice. Und warte mal. Hier vorne haben wir einfach ein Nether-Portal. Und das können wir auch einfach immer an- und ausschalten. Bye, bye. Tschüss. Das ist ja wirklich so cool. Okay, Moment, bye. Dann können wir hier auch nach oben weitergehen. Dann ist hier auch noch eine kleine Tür. Wo geht es denn hier entlang? Hey. Oh, wir haben hier ein kleines Erzlager, Kater. Schau mal. Moment mal, welche Erze möchten Sie? Bum, 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 bum. Oh, Glockeleuten. Ich hätte gerne ein bisschen Kohle. Dann müssten wir hier noch was abbauen. Schau mal, hier ist sogar noch ein bisschen Kohle. Wir haben hier auch ein paar Öfen. Die braten automatisch. Man muss hier oben einfach nur die Erze und die Kohle reingeben. Und alles wird automatisch gebraten. Das ist ja wirklich so doll praktisch. Wo sollen wir als nächstes hingehen? Bitte komm zu mir, Epic. Hier ist eine Popcorn-Maschine. Ich komm zu dir, ich komm zu dir. Dann können wir hier nach unten gehen. Hallo. Guck mal. Popcorn, frisches Popcorn für dich. Wie cool ist das denn? Und warte mal, geht es hier ins Kino? Tatsächlich. Wir haben einfach unser eigenes Kino in dem Bunker. Wie cool ist das denn? Man kann sich einfach hier hinsetzen und dann den Kinofilm anschauen. Oh, richtig doll nice. Wir haben einfach unser eigenes Kino hier insgesamt. Warte mal. Was habe ich hier denn? Ich habe hier den Kontrollraum von der riesigen Farm. Hallo, Katja. Epic, ich habe was richtig Nices gefunden. Nämlich haben wir hier eine riesen Farm mit Kartoffeln, Karotten und sogar Zuckerrohr. Oh, oh. Ich werde hier komplett überschwemmt gleich. Moment mal. Ich kann hier alles ernten. Ich muss hier nur die Knöpfchen drücken und alles wird geerntet. Warte, Katja. Ich komme zu dir. Wir haben hier wirklich ein riesengroßes Feld insgesamt. Ähm. Und vor allem haben wir auch ein paar Lamas hier und Moment mal, wir haben hier einen richtig geheimen Raum und hier steht sogar, pssst, der Code ist nicht 316. Ich glaube, der Code ist 316. Moment mal, 3, 1 und bitte die 6 drücken. Und 316 und... Oh, der Code ist richtig. Der Safe wird geöffnet. Wie cool. Und was haben wir hier denn? Wie schön sieht das denn aus? Moment mal. Wir können hier den Beacon anmachen. Oh, jetzt leuchtet der nach oben und wir haben Schnelligkeit. Schau mal, wir sind richtig doll schnell. Oh, und guck mal, Katja. Hier in den Fässern sind richtig doll coole Schätze drin. Oh, hier ist Gold drin, Diamanten. Was haben wir hier drin? Auch Diamanten und Schallplatten. Oh, wir haben hier einfach unsere eigene Schatzkammer und ein Beacon insgesamt. Das ist ja wirklich so nice und wir können die Tür hier wieder öffnen. Guck mal, Katja. Die Tür wird geöffnet und bitte öffnen insgesamt. Das ist so cool. Sehr nice. Wir haben uns einen eigenen Tresor in unserem richtig doll sicheren Bunker. Oh, wie cool ist das denn? Okay, dann haben wir hier auf jeden Fall unser automatisches Feld. Das ist wirklich sehr cool. Dann würde ich sagen, Katja, als nächstes schauen wir uns hier die Seite vom Bunker mal an. Was haben wir hier denn? Den Enchantment Table. Oh, das ist cool. Schau mal. Es sieht ja ganz normal aus. Und sobald wir den Hebel umlegen, erscheint einfach ein Enchantment Table. Das ist ja so cool hier insgesamt tatsächlich. Hier können wir auf jeden Fall immer verzaubern. Dann haben wir hier noch was für unsere Bücher. Dann haben wir noch ein paar Ambosse und ein paar Kisten. Das ist ja wirklich so doll cool mit dem unsichtbaren Enchantment Table. Oh, das stimmt. Das ist richtig doll nice. Und vor allem, hier hat man auch noch ein paar Bücher. Man kann hier auch ein Buch hinlegen und es lesen. Das ist so nice mit dem riesigen Aquarium. Wo geht es denn? Hier entlang. Hier kann ich auch die Tür öffnen. Und schaut ihr das mal an. Das ist unser Schlafzimmer. Oh, das ist nice. Und warte mal. Hier steht, dass ein geheimes Lager hier ist. Moment mal. Oh. Ähm. Ähm. Ich bin jetzt drin. Äh. Oh, Katja. Komm da raus. Komm aus meinem Spiegel raus. Ich auch. Ich höre nicht. Katja, du bist einfach in meinem Spiegel drin. Schnell zurück, Basch-Masch. Ich komme mir nicht raus. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Äh. Ah. Ich bin auch in meinem Spiegel drin. Was ist denn jetzt hier los? Okay. Hier in dem Spiegel hat man auf jeden Fall ein richtig geheimes Lager. Das ist auch cool. Ich brauche Toilettenpapier. Mit Schalkerboxen. Oh. Sehr nice. Und warte mal Katja. Hier haben wir sogar noch eine kleine Dusche insgesamt. Das ist tip top. Hier ist noch ein geheimes Lager. Oh. Das gefällt mir noch besser. Ich hätte gerne das Diamantschwert. Tschüss, Silly. Nee. Hallo. Moment mal. Was ist denn hier drin? Hier ist sogar ein Enderchest. Noch mehr Sachen. Wenn das hier geschlossen wird, dann kommt man nicht mehr raus, gell? Oh, oh. Aua. Zack, zack, zack. Bitte nicht zumachen, okay? Tschüss. Oh. Ey, bitte aufmachen wieder. Dankeschön. Wie cool ist das denn? Wir haben einfach hier noch ein richtig geheimes Lager. Mit einfach Diamanten. Eine Rüstung hier drin mit dem Diamantschwert. Mit einer Diamanten Spitzhacke. Mit einer Endchest. Und mit ganz normalen Chests. Das ist wirklich richtig, richtig doll nice. Aber das ist ja so nice. Der komplette Bunker ist so voll. Und vor allem so sicher. Mit den ganzen Türen und allem. Oh, das stimmt Katja. Das ist wirklich so cool. Und Moment mal. Ich will nochmal runter. Welcher Raum hat dir am allerbesten gefallen? Oh, ich glaube hier unten gefällt mir alles schon sehr, sehr gut. Oh, ich glaube der geheime Raum mit dem Code da hinten. Das ist cool. Oh, der Tresor. Stimmt. Der war richtig doll nice. Und warte mal. Ich gehe ins Kino insgesamt. Das ist wirklich so, so, so nice. Mir gefällt unser Bunker wirklich so gut hier mit dem Kino. Oder vor allen Dingen auch in einem Wohnzimmer, wo wir einfach Fernsehen schauen können. Oh, das stimmt. Und was natürlich auch nice ist, dass hier alles ganz automatisiert ist. Das heißt, du musst eigentlich gar nichts machen. Hier kommen die ganzen Lebensmittel sozusagen in die Hopper rein. Und werden dann in der Kiste geflutscht. Hier ist alles so automatisch epic. Oh, das stimmt. Oh, der unterirdische Bunker gefällt mir wirklich so, so toll gut. Und Moment mal. Willst du das hier aktivieren insgesamt? Ah, tipptopp. Moment mal. Ich will wieder zu dir. Warte, warte, warte. Wo bist du denn? Äh, im Wohnzimmer. Hallo. Oh, das Wohnzimmer ist aber auch richtig so nice. Mir gefällt hier vor allem, naja, die Partyinsel hier so. Bam, bam, bam. Und man kann sogar Musik anlegen. Oh, und Moment mal. Ich möchte ihn gerne nochmal von außen sehen, okay? Oh, ja. Ab nach oben insgesamt. Yay, das ist auch so nice. Hui, ab nach oben. Das ist wirklich richtig cool. Oh, zack. Und Tür aufmachen. Oh, und Moment mal. Der Bunker ist wirklich richtig, richtig tipptopp gut versteckt hier insgesamt. Vor allem, das ist einfach so ein riesiger Berg einfach. Und Moment mal. Hier ist sogar Lava und wir sind voll in einem Dschungel. Und dann ist da einfach so ein riesen Bunker drin. Eigentlich ist es ja schon ein Bunker in einem Vulkan. Das stimmt. Das ist so nice. Und hier ist so ein kleines Ozelötchen. Hallo. Hallo. Oh, sehr, sehr, sehr cool. Und Moment mal, Leute. Ihr könnt jetzt richtig, richtig gerne in die Kommentare schreiben, welchen Raum, der euch hier im Bunker am besten gefallen hat. Mir hat am allerbesten das Kino gefallen. Mit dem Popcorn vor allem. Das können wir einfach essen. Aber wie gesagt, ich glaube, mein Lieblingsraum war der geheime mit dem Code. Das ist so nice. Oh, das stimmt. Der Bunker ist wirklich richtig toll cool. Sehr nice. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kater vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.